Willkommen zurück zu der achten Challenge mit Nuwiderboss und Commander Boss heute mit dem FNG 9 Akimbo. Ja, Commander ist wieder da, mal wieder nicht am schlafen. Ja, es tut mir leid, ich arbeite halt nur ein bisschen zu hart. Nicht so wie du. Da kann man, ja, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Geil. Lauf, schreizer Lauf. Ja, 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 ja. Sehr gut, bereit machen für die nächste Runde. Aha. Bist du gehasst gehabt worden? Ja. Kommt hören, komm. Ich bin da so weggerannt und... Ähm... Ich wollte zielen und hab geschossen mit dem FNG 9 Akimbo. Sorry, 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 sorry. Sorry, Tom. Ich bin da so weggerannt und zerstört. Ja. Hast du doch bis von... Hast du ja bis von Zeit? Das Spiel hat erst dran gefangen, ne? Ja. Waren wir erlassen? Ja, nur habe ich nicht einfach einen FNG 9 Akimbo. Aber... Nein. Ey, darf ich mit dir mitfahren? Ja. Fuck, sie sind bei mir. Scheiss mir gerade in die Hosen. So ein Geist gelieft. Bisschen Arsch. Ja. Die stehen da so dumm rum. Hab das Spiel gelassen. Ja, ich wollte den Zweiten fahren, Mann. Oh, wunderbar. Das war auch ne kurze Challenge, ja. Ja, aber ich hab mir gedacht. Machen wir das Spiel. Äh, Nubi, ich fang zum Commander. Bis die Neuen rein... Ne, die Neuen kommen schon rein. Nein, wir gehen jetzt in Spawn. Ey, fuck, das diesmal gehört an mir. Ich schlag jetzt. Guck mal, guck mal, mit FNG 9 jetzt. Alter! Zum Zweiten, Mann. Mit dem Wurfmesser. Du wachst wieder mal schneller, du Sack. Du bist so fies, ohne Witz, ey. Guck mal. Der bleibt ja gar nicht drin. Der bleibt ja gar nicht drin. Jetzt kommt noch ein Zweiter. Das ist so witzig. Hast du ne dumme Schnöre, wenn ich dir den Kill klaue? Aber wenn ich das mache, ist es wie Schnurr. Ja, es war mein Kill. Ganz eindeutig. Ich meine... Ja! Ich hab schon da gestanden hier. Ja, ich hab schon da gestanden und so und... Alter! Da! Komm, wir suchen den anderen. Ja, jetzt finde ich wieder mein Wurfmesser. Von mir. So. Hab das Spiel verlassen. Hat drötym. Der hat eine schöne Challenge heute mit der entreten Neiner Kimbo. Mit neiner Rekord Guatz ey. Schbes drinnen. Vielen Dank fürs zusehen heute und schreib der bottom die Kommentare was sonst noch kommen soll. Als nächstes kommt dann sowieso mal Ghosts und man zieht sich spät.